Wow, was ist das alles, Olli? Was, interessieren dich die Biester? Oh, mich interessieren die absolut. Ja, aber pass lieber auf mit der. Mann, keine Angst, ich kenn mich aus. Jetzt bringe ich dich zu mir. Let's go. Wo bekommst du die bitte her? Du schläfst mit diesen Viechern im Zimmer? Ich spreche sogar mit ihnen. Im Ernst jetzt? Kannst du mir glauben. Ich seh dich nicht. Du versteckst dich. Mist. War das etwa ein Unfall oder sowas? Das war kein Unfall. Etwas, das einen so schnell umbringt, das gibt's nicht mehr. Es kam nicht von der Spritze an seinem Arm. Wenn's nicht von der Spritze kam. Woher kam's dann? Schnell, schnell, schnell! Heiß. Wir müssen sofort hier raus! Wir müssen sofort hier raus! Untertitelung des ZDF für funk, 2017